Heute bei Back in Time. Noch mehr C64-Zubehör. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Back in Time. Michael und ich reden immer noch über den C64, da gibt es einfach so viel zu erzählen. Und wir gucken uns jetzt mal verschiedene Zubehörteile an. Den Joystick haben wir euch ja schon mal gezeigt, aber es gibt auch eine Maus für den C64. Genau. Die offizielle Commodore-Maus, 1351 glaube ich war die Nummer, richtig? Ja, richtig, ja. Genau. Kann man benutzen für Geos, für die grafische Benutzeroberfläche? Ja. Und es gibt ein paar Spiele glaube ich, die es nutzen, aber relativ wenige. Es gibt ein paar Spiele. Es gibt aber auch bei der mitgelieferten Diskette einen sogenannten Treiber, den man nutzen konnte. Und dann konnte man dann auch eigene Basic-Programme dafür schreiben und die Mausposition dann abfragen. Da wurde dann ein kleines Assembler-Programm reingeladen, was dann im Hintergrund lief. Und dann konnte man sogar Basic-Programme mit Maus-Unterstützung programmieren. Genau. Gab es mal Programme, die das genutzt haben? Da würde es ja irgendwie total Sinn machen. Ja, richtig. Eines der eher bekannteren, auch aus späteren Jahren, ist das sogenannte Amica Paint, mit C geschrieben. Was eigentlich so eins der gängigeren Programme ist, ja. Und das unterstützt die Maus direkt. So ein bisschen wie Deluxe Paint war das glaube ich, oder? Kann man das vergleichen? Nein, eigentlich nicht, finde ich. Also es war von der Bedienung her schon speziell, man muss so bestimmte Tastenkürzel wissen und sich ein bisschen einarbeiten. Aber im Vergleich zu den herkömmlichen doch sehr viel komfortabler. Ja, genau. Also das Maus am C64. Dann, wie ich finde, das wichtigste Zubehörteil für den C64 überhaupt ist das hier. Kann sich irgendjemand fast ein Gewinnspiel draus machen. Kann sich irgendjemand vorstellen, was das ist. Der schreibt das bitte zuhause auf eine Postkarte und hängt die Postkarte bei sich an der Wand. Ne, wir erklären es jetzt, was es ist. Also es sieht irgendwie etwas schmerzhaft aus. Das ist ein Diskettenlocher sozusagen, um den Schreibschutz der Diskette entsprechend zu entfernen. Standardgemäß war er auf einer Seite eigentlich immer schon vorgestanzt, nur auf der anderen Seite eben nicht. Und wenn man dort schreiben musste, haben sich dann viele damit beholfen, dass sie einen einfachen Locher genommen haben, was oft dazu geführt hat, dass man dann in die Magnetscheibe dann reingeschnitten hat, wenn man nicht vorsichtig war. Und dann gab es tatsächlich einen speziellen Locher, der das machen konnte. Das zeigen wir jetzt hier mal. Genau. Also wir sehen, hier ist ein Loch. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Da ist noch keins. Und jetzt gehen wir mit diesem Locher da rein. Einmal drücken. Und jetzt ist da auch ein Loch. Genau. Und der Schreibschutz ist entfernt. Und man kann jetzt auch die zweite Seite beschreiben. Genau. Wenn man Disketten hatte, also wir hatten es ja schon mal gesagt, die C64-Floppy hatte nur einen Schreiblesekopf. Richtig, ja. Kann also nur auf der Unterseite, glaube ich, ist es. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall auf einer Seite. Auf einer Seite schreiben, ja. Genau. Schreiben und Lesen. Und viele Disketten hätten eigentlich die andere Seite auch nutzen können. Und jetzt kann man die Disketten einfach umdrehen und hat quasi die Anzahl seiner Disketten verdoppelt. Richtig, ja. Und dass da so eine Packung 10 Disketten damals 20 Mark gekostet hat, das war für einen Schüler viel Geld, hat sich so die Anschaffung eines Diskettenlochers, mit dem man das sehr zuverlässig machen konnte. Und auch da ist nichts kaputt gegangen dabei. Also man hat nicht versehentlich reingeschnitten. Manche haben es auch mit der Schere gemacht. Auch das ist eher gefährlich. War eine sehr lohnenswerte Anschaffung. Was haben wir hier noch? Die 1700. RAM Expansion, ja. Genau. Was ist das für eine Speichererweiterung? Also die hat wahnsinnige 128 Kilobyte. Kilobyte. Ja, Kilobyte. Also aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr so viel. Und das war jetzt auch nicht so, dass man die dann in den Erweiterungsport dann reingesteckt hat und hat sich dann über sofort mehr Speicher freuen können. Nein, das ging nur mit bestimmten Programmen, musste es angesteuert werden. Und da gibt es so verschiedene Techniken, die mit Adressierung zu tun haben, um das Ganze verfügbar zu machen. Und war technisch aufwendig und eigentlich auch, glaube ich, relativ selten genutzt. Ja, also ich glaube, Geos zum Beispiel wäre so ein Kandidat, was vielleicht in irgendeiner Version unterstützt hat. Also die grafische Oberfläche. Ja. Das Problem ist, der Hauptprozessor, der kann halt nur 64 Kilobyte adressieren. Ja. Und wenn ich mehr Speicher reinstecke, dann gibt es nur die Möglichkeit halt zu sagen, jetzt nehmen wir mal die anderen, ein anderes Stück Speicher und dann hat man das so als Art RAM-Disk quasi nutzen können. Ja, also zum schnellen Nachladen. Aber wirklich am Stück konnte er halt nur 64 Kilobyte, egal wie viel Speicher man noch reingesteckt hat. Ja, dann, was haben wir noch hier? Auch ganz nett. Wir wissen ja, der C64 hat zwei Joystick-Ports. Ja. Es gibt aber auch Spiele, insbesondere Proto Vision hat da ein paar rausgebracht, die man mit vier Spielern spielen kann. Und dafür gibt es diesen Vier-Spieler-Adapter. Den steckt man in den User-Port rein und da sind dann nochmal zwei Joystick-Anschlüsse. Genau. Und schon kann man mit vier Spielern an einem Computer spielen. Genau. Es gibt da ein paar ganz hübsche Spiele, Team Pretrell zum Beispiel oder Hockey Mania. Wer ein bisschen mehr darüber wissen will, der klickt jetzt mal hier. Da verlinken wir das Video von der C64-Party Vision 2003. Da sind die nämlich vorgestellt worden, ein paar der Spiele. Und da haben wir einen Bericht darüber gemacht. Könnt ihr euch dann mal anschauen. So, dann noch eine modernere Hardware. Michael, du hast ja von dem Freezer-Modul mal erzählt gehabt. Ja, richtig, ja. Und hier haben wir so eins. Das ist das... Also bekannte waren die... Das Action-Replay war so das... Richtig. Eines der bekanntesten. Also jetzt nochmal kurz zur Erläuterung. Ein Freezer-Modul konnte den C64 praktisch anhalten, während das Programm läuft. Und konnte auch wieder starten. Und das Programm ist einfach weitergelaufen, ohne dass der Computer es praktisch gemerkt hat. Und man konnte dann dort praktisch in diesem Freeze-Mode Modifikationen am Speicher vornehmen. Zum Beispiel sich bei Spielen unendlich viele leben und so weiter einzustellen. Also war auch für andere Dinge geeignet. Auf jeden Fall gab es das zu kaufen für einen relativ hohen Preis damals. Action-Replay hieß das. Es gab auch Final-Cartridge und sowas. Ja, es gab ganz viele verschiedene. Und was Dennis jetzt hier in der Hand hält, ist praktisch ein Nachbau dieses Action-Replays. Nennt sich Retro-Replay. Genau. Ist von Individual Computers. Jens Schönfeld hat das Ganze entwickelt. Genau. Hier ist noch so eine Hülle. Und was da oben raus steckt, ist eine Erweiterung. Das ist der RR-Net Adapter. Genau. Und damit kann man am C64 Ethernet-Netzwerk nachrüsten. Ein kleines Detail dabei ist, dass dieser RR-Net Adapter eigentlich für den Amiga gebaut wurde und gar nicht für den C64 ursprünglich gedacht war. Ja, wusste ich gar nicht. Ja, ist so. Ja. Weil dieses sogenannte Retro-Replay, so heißt es, hat dann den gleichen Adapter oder den gleichen Port obendrauf wie der Amiga intern. Der sogenannte Uhren. Der Amiga 1200, genau. Ja, der Uhrenport. Eigentlich für ein Uhrenmodul gedacht gewesen, immer Amiga 1200. Aber da gab es dann ganz abgefahrene Sachen, die man da anschließen konnte. Ja. Und damit kann man mit dem C64 ins Internet. Also es ist verdammt, verdammt, verdammt langsam. Ja. Aber es geht. Es gibt sogar einen Twitter-Client für den C64. Ja. Bradbox64, glaube ich, hieß der, oder? Ich bin gerade nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber jedenfalls, es gibt einen Twitter-Client, es gibt Webbrowser, es gibt einen FTP-Server. Ja. Auch einen Webserver gibt es auch. Genau. Da können wir bei Gelegenheit mal drüber sprechen. Aber jedenfalls, damit kann man ins Internet mit dem C64. Ja. Coole Sache. Und das Letzte, was wir jetzt für heute dabei haben, hier auch noch original verpackt. Wir haben ja gesehen, der C64, die Peripherie wird angeschlossen über einen DIN-Stecker. Ja. Ja. Und es gibt auch zum Beispiel spezielle Drucker von Commodore mit DIN-Stecker. So eine Commodore-Drucker waren nicht unbedingt die besten und nicht unbedingt die billigsten. Und andere Drucker haben halt Zentronics-Schnittstelle. Ja. Gehabt, ja. Genau, heute hat alles USB, aber... So. Genau, hatten die Drucker eigentlich eher die Zentronics-Schnittstelle. Mhm. Und dann gab es dann wieder mal einen Adapter. Genau, ein sogenanntes Drucker-Interface. Also hier ist der Zentronics-Stecker. Das heißt, das Ding kommt in den Drucker. Und hier ist der DIN-Stecker. Das Teil kommt in den C64. Und damit kann man einen handelsüblichen Drucker am C64 betreiben. Ja. Also auch... Es gibt ja noch relativ moderne Drucker, die jetzt haben Laser-Drucker und was weiß ich, kann man alles am C64 betreiben. Ja. Man kann... Alle, die diese Schnittstelle noch haben, ja. Genau. Alle Drucker mit Zentronics-Schnittstelle kann man betreiben. Jetzt gibt es quasi keine Druckertreiber so richtig. Das heißt, du kannst Text ausdrucken oder du kannst bestimmte Steuer-Codes schicken. Also ich habe damals glaube ich für meinen Drucker aus dem Handbuch die Steuer-Codes gesucht und dann, wenn man an der richtigen Stelle die richtigen Steuer-Codes geschickt hat, dann konnte man fettdrucken und sowas und so. Ja. Aber... Grafikdruck... Es gab glaube ich sowas wie Printfox oder sowas. Es gab so spezielle Druckersoftware auch für einen C64. Da konnte man dann auch mehr, aber... Genau. Aber, wie gesagt, damit konnte man wunderbar drucken. Genau. Das Star Secus VC Interface. So. Das war ein bisschen weiteres Zubehör für den C64. Und es gibt noch ein paar andere coole Sachen, da nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und die schauen wir uns beim nächsten Mal an. So. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ad Astra.